Okay Freunde und auf ein Neues und wie ihr seht, wir sind wo ganz woanders. Warum das? Ich hab grad probiert, sage und schreibe 45 Minuten aufzunehmen. Und ich wurde komplett zerwreckt von Dildos. Ich wurde zerwreckt von so einem Riesendodo. Hier so ein Gerät hier vorne. Der hat gleich meine ganze Bude mit weggerissen. Dann wurde ich noch zerlegt von einem Spinosaurus, von einem Raptor, von so einem kleinen... Oh nein! Und hier vorne geht es schon wieder weiter. Ich hab grad gegoogelt, wo ist der sicherste Punkt zu spawnen. Und es hieß Tropical South, glaube ich, sind wir hier. Ich weiß nicht, wie nah ich diesen Ding kommen darf, denn es ist verdammt gefährlich, dieses Ding. Der hat mit einem Schlag meine halbe Bude weggerissen. Deswegen probieren wir es hier einfach mal auf ein neues. Ich bin hier gespawnt, hab hier gleich so ein Lichtlein geholt. Das ging bis jetzt ganz gut. Jetzt seh ich aber, hier vorne war schon wieder ein Raptor. Hier steht schon wieder so ein Ding rum. Eine ganze Menge, äh, diese kleinen Viecher. Wie heißen diese? Kompis, glaube ich. Äh, die haben mich hier auch schon ordentlich in die Predoli zumindest probiert zu nehmen. Aber ich hab zum Glück dieses Licht gefunden mit diesen paar Sperren drinnen. Da konnte ich mich so ein bisschen durchsetzen. Aber es ist sehr, sehr schwer. Also ich hab auch schon gelesen, dass der Center, ähm, nicht so einfach sein soll, wie diese ganz normale Standard-Map hier. Okay, wir haben auch gleich ein bisschen getrunken. Und wir sind scheinbar an einem wärmeren Ort. Was auch gar nicht so schlecht ist. Äh, by the way, äh, ich hab auch Kommentare bekommen. Und zwar, hey Mova, diese Kleidung, die du am Anfang trägst, die ist total für den Arsch gegen die Kälte. Äh, bin ich komplett anderer Meinung. Ich bin zwar ein Anfänger in Sachen Arc. Ach du Scheiße. Ich bin zwar ein Anfänger in Sachen Arc. Aber hier steht definitiv, wenn ich hier auf diese Kleidung gehe. Äh, bietet einen leichten Schutz vor Hitze und Kälte. Aber nur minimalen Schutz vor Verletzungen. Ähm, minimal oder ein kleinster Schutz, äh, ist nicht gar kein Schutz. Also ein kleinster Schutz ist auch ein Schutz. Ähm, deswegen, bitte klugscheißer Kommentare unterlassen. Ich weiß jetzt leider nicht, wer es geschrieben hat. Und hier geht's schon wieder weiter mit den kleinen Kompi. Stirb, stirb. Wir haben schon, ich kann euch gleich mal zeigen, wie viel Fleisch wir überhaupt schon im Inventar haben. Äh, wie viel wir hier schon gekillt haben. Und ich bin jetzt seit hier noch nicht wirklich lange. Wir haben hier 20, 40, 60. Äh, ja, eine ganze Menge. Wir haben fast 100 Fleisch, möchte ich mal sagen. Und das nur, um uns zu verteidigen. Und ich nehme jetzt hier auf, seit 3 Minuten und 18 Sekunden. Ich bin da seit 3 Minuten und 18 Sekunden. Da seht ihr mal schon, wie rund das hier überhaupt schon gegangen ist. Deswegen auch bitte ein bisschen von Hate absehen. Und vielleicht ein bisschen mehr helfen. Ähm, denn was ich hier schon unter den Kommentaren gelesen habe. Das ist ja eine Katastrophe. Äh, Leute, ich bin hier Level, äh, 14, glaube ich. Und nicht Level, äh, 500 oder sowas in der Richtung. Bitte, das müsst ihr auch ein bisschen berücksichtigen. Okay, wir gehen hier trotzdem mal auf Nahkampfschaden. Oh, definitiv. Und welches Level sind wir denn jetzt? Wir sind 15. Mein Gott, Freunde, wir können uns den Bogen bauen. Und das ist das erste, was ich jetzt hier auch machen werde. Wo ist dieser verdammte Bogen? Und hier können wir uns auch schon ein Lederhemd machen. Wo ist der Bogen? Können wir nicht suchen. Hier ist er. So, wir haben es gelernt. Wir haben es gelernt, den Bogen. Wir haben auch schon den Mörser gelernt. Und wir haben auch schon das, ähm, Narko-Zeugs gelernt. Allerdings, wo ist... Hier ist der Bogen. Wir brauchen 50 Fasern und 15 Holz. Hier haben wir schon wieder so ein Dildo. Und der hat uns vorhin auch schon ein paar Mal platt gemacht. Äh, nachdem natürlich meine ganzen Knochen schon gebrochen waren. Und ich mich nicht mehr bewegen und nicht mehr springen konnte. Okay, aber wie gesagt, wir bleiben cool. Wir holen uns jetzt hier den Bogen. Ich glaube, dann ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge gemacht. Ich hoffe, wir müssen jetzt die Pfeile nicht extra lernen. Also wie gesagt, Ark ist schon sehr, sehr lange her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Nee, 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 nee. Diesmal nicht. Komm schon, ein paar Fasern brauchen wir noch. Steinschleuder hätten wir im Munkfall auch noch. Und zwei Speere hätten wir auch noch. Also wir haben auf jeden Fall genug, um uns so wehrzusetzen. Allerdings wird es für große Dinos, äh, schon ein bisschen krimineller. Das heißt, diese Riesenvogelvieh, das wird natürlich dann nicht ganz so einfach. Mit einem Speer und einem Steinschleuder. Habe ich schon gemerkt. Komm schon, ich brauche Fasern. Sehr schön. Äh, by the way, heute kommt ein Stream. Und zwar wird gestreamt for Orna. Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? By the way, ich habe vier Beta-Keys bekommen. Und heute haben wir die Close Beta. Und ich habe mich auf diese Keys beworben. Und habe vier Keys dafür bekommen. Heilige Scheiße. Also wir sind aber ziemlich nah an diesen Riesengebilder hier, was auch immer das sein soll. Okay, reicht das vielleicht schon für den Bogen? Ich weiß gar nicht, wie viel wir schon gepflückt haben. Hier, stellbar und der Bogen. Ich könnte mir schon fast vorstellen, dass wir tatsächlich die Pfeile separat lernen müssen, ne? Oder? Okay, und da haben wir ihn auch schon. Legen wir ihn mal auf die 5. Aber wie mache ich denn jetzt Pfeile? Pfeile, Pfeile, Pfeile. Schaue ich mal kurz. Steinpfeile, hier ist es doch. Gehen wir auch gleich erlernen. Und die Narko-Pfeile sind wahrscheinlich das hier, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also wie gesagt, so clever bin ich jetzt nicht in Ark. Also da kenne ich mich leider noch ein bisschen zu wenig aus. Aber wir haben noch so viele Pünktchen. Da gehen wir doch einfach nochmal ein bisschen was anderes dazu lernen. Wir haben das Bett. Wir müssten aber eines bauen. Zündpulver. Ich weiß nicht mehr, für was es da war. Werden wir aber auch mal lernen. Wir gehen lernen. Ja, diese Strohzeugs müssen wir leider lernen. Strecke Strohdach lernen wir auch. Holzfundament. Holzwand. Holzstuhl brauchen wir nicht. Holztreppe sieht ganz nice aus. Haben wir noch so viel? Ja, das sollte funktionieren, denke ich mal. Kochtopf muss irgendeinen Bremschaub, bla bla bla. Feuer entfachen. Beispielsweise Supeneintöpfe oder Farben herzustellen. Ich weiß leider noch nicht, wie man. Oh, 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 oh. Wo bist du? Komm her. Wow, wo hat er denn jetzt hingespuckt? Und da ist er schon wieder dead. Sehr schön. Also gerade läuft's. Noch im Moment. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Weil wir hier auch einen Raptor gesehen haben irgendwo. Aber im Moment sieht's auf jeden Fall noch verhältnismäßig gut aus. Jetzt wollte ich trotzdem hier noch kurz mein ganzes Zeug zu Ende suchen. Die Holztreppe haben wir jetzt gelernt. Ich weiß nicht, ob ich den Kochtopf jetzt unbedingt brauche. Denn Rezepte haben wir noch keine. Schießpulver braucht noch nicht. Leuchtpistole weiß ich nicht, ob die Verschwendung ist. Grabstein. Holzwand, Holzdach. Ey, wo ist denn der Rest vom Holz? Moment, jetzt such ich mal hier. Holz. Holzwand haben wir. Holzfundament haben wir. Holzdach benötigt sechs. Sehr schön. Nehmen wir auch noch mit. Und jetzt hätten wir noch acht Pünktchen frei. Der Knüppel. Ich weiß nicht, für was der Knüppel ist. Holz Schild. Schicht. Meine Schicht. Bla, bla, bla. Schaden. So voll. Ich weiß nicht, ob das clever ist. Wollen wir das nehmen? Ich probiere das einfach mal im Schild. Ist vielleicht jetzt gar nicht so schlecht. Okay, und dann könnten wir doch eigentlich schon. Holy shit. Hier eine Holzhütte bauen. Ob es jetzt allerdings jetzt hier so safe ist. Das weiß ich nicht. Und dieses Ding steht hier immer noch da vorne. Und wenn ich jetzt dran denke, was der mit meiner anderen Hütte gemacht hat. Dann will ich gar nicht wissen, was der mit meiner Holzhütte jetzt hat. Okay, wir bauen uns jetzt trotzdem hier einfach mal ein Lager hin. Hier am Strand. Wir sind ein bisschen geschützt hin. Uns ist ein bisschen Wasser. Ah, ich bin überladen. Okay. Können wir schon irgendwas zumindest bauen? Eine Foundation. Ne, was fehlt uns hier? Holz. 80. Holy shit. Ist das teuer von Holz? Wir kloppen einfach mal kurz weiter. Oh, scheiße. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht angegriffen. Reicht das für eine zweite auch? Ne. Dann legen wir die gleich mal... Ah, wir müssten ein Lagerfeuer machen. Wir bauen das jetzt einfach mal easy going hier hin. So. Unsere erste Foundation. Wir bräuchten noch ein Lagerfeuer. Das gehen wir auch gleich bauen. Denn wir haben Hunger. Äh, Kuh hat jemand mir gesagt. Dann ist es übersichtlicher. Okay. So. Dann die neun. Dann bauen wir uns das Lagerfeuer erstmal hier hin. Dann legen wir ein bisschen Holz rein. Und gehen uns erstmal um uns kümmern, möchte ich mal sagen. So. Jetzt soll es mir schon wieder ein bisschen leichter sein. So. Et voilà. Wir werden tatsächlich Hunger. Wir gehen auch gleich ein Happen trinken. Sorry, Traki Boy. So. Dann ist der Durst erstmal ein bisschen gestellt. Und wir könnten vielleicht auf die Schnelle noch ne Foundation machen. Wobei die schon sehr, sehr teuer sind. Beziehungsweise so viel kann ich ja schon fast gar nicht. Todos. Ihr schockt mich heute schon. Was sich heute schon alles mitgemacht hat. Ich glaube ich muss schon heute schon mal ein bisschen hart bauen. Und muss denen mal mein ganz Herzen und mein Leid ausschütten. Okay. Herstellbar. Wir brauchen nochmal die Foundation. Ja, aber nicht rum. Okay. Oh mein Gott. Wir sind schon wieder aufgestiegen. Machen wir dann das gleich hier hin. So. Und dann gehen wir gleich ein bisschen auf Gewicht. Nein! Oh mein Gott, Leute. Und ganz genau das meine ich. Ihr fangt an, euch irgendwas aufzubauen. Und dann ist es wieder kaputt. Wie wundervoll. Oh scheiße. Oh scheiße. Wo ist denn der Raptor jetzt? Wo ist der Raptor? Ich brauche mein Gear wieder. Ich muss hier irgendein... Nein. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hier ist aber irgendwo auch noch so ein verdammter Megalodon. Der kommt doch schon wieder, oder? Wo ist der denn? Der kämpft hier mit der Schildi. Hoffentlich macht die Schildi ihn platt. Ich muss mein Gear holen. Ich muss mein Gear holen. Wo ist das verdammte Feuer? Hier. Wo ist mein Gear? Wo ist mein Gear? Nein! Ich sehe es nicht. Gamma 3. Wo ist der Rucksack? Der ist hier vorne. Alles nehmen. Ich hoffe, der verschont uns jetzt hier. Freunde, wir brauchen unbedingt die Wände. Wir brauchen unbedingt die Wände. Wir müssen unbedingt die Wände zu Ende bauen. Aber ganz, ganz schnell. Ich weiß halt nicht, was wir dafür brauchen. Herstellbar. Wände, 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 Wände. 40 Strohfasern. Das werden wir nicht schaffen auf die Schnelle. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir natürlich hier fast alle Bäume hier weggemäht. Wir dürfen auch nicht zu schwer sein. Das reicht alles für eine eisige Wand. Oh mein Gott, komm schon. Dann stellen wir sie wenigstens hier hin. Freunde, es muss leider wieder ein Schuhkarton werden. Leider Gottes. Aber ich habe keinen Bock, wieder drauf zu gehen. Nein. Nein, wir brauchen den Feuerstein. Okay, wir sind scheinbar immer noch im Schneegebiet, ha? Hier hinten ist der Raptor immer noch. Ich habe ihn gesehen. Wir bräuchten ein Bettchen. Der ist hier ganz close bei meinen Häuschen. Können wir schon eine bauen? Nein. Ich bin überladen. Scheiße, komm schon. Wir sind immer noch überladen. Gott verdammt, das gibt es doch nicht. Scheiße, die Fasern brauchen wir. Leute, wir müssen ein bisschen Fleisch fallen lassen. Tut mir leid. Wir sind immer noch überladen. Das gibt es doch nicht. Wir müssen kurz auch ein bisschen Holz fallen lassen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie lange wir es hier machen werden. Wir brauchen ein bisschen Strom, ein bisschen Fasern. Hier ist das Holz. Das sollte doch reichen für ein paar Wändchen. Oh, wir frieren, wir frieren, wir frieren, wir verlieren Leben. Wir verlieren Leben. Da vorne ist der Raptor. Neun. Neun. Komm schon. Neun. Wir müssen unbedingt was essen. Wir müssen was essen. Wir müssen was essen. Scheiße. Null. Freunde, wenn jetzt der Raptor kommt, ist für uns Feierabend. Wir haben auch keine Tür. Wir haben keine Tür. Also das wird jetzt schon eine bitterböse Folge. Holz. Wir brauchen Holz und Fasern. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach du Kacke. Wir müssen ans Feuer. Und es ist mega kalt. Wir können uns nicht bewegen. Oh, oh. Ich glaube, hier ist der Raptor. Können wir uns ein Bettchen bauen auf die Schnelle? Komm schon, reicht's für ein Bett, reicht's für ein Bett, reicht's für ein Bett. Nein, das reicht nicht. Wir brauchen Stroh und Holz. Leute, ich glaube, wir werden hier qualvoll drauf gehen. Schaffen wir's? Ein Grad. Er greift uns unsere Base hier an. Freunde, ich glaube, wir werden es nicht schaffen. Es ist einfach viel zu kalt. Unsere Knochen sind gebrochen. Wir stehen schon fast im Feuer. Ich kann schon gar nicht mehr näher hingehen. Aber ich glaube, es wird sogar ein bisschen besser. Scheiße. Okay, und das war's. Scheiße, das gibt's doch nicht. Also, Freunde, wie gesagt, es ist nicht einfach. Und wenn ihr das jetzt Ganze mit einem Dislike oder so belohnt, ne? Dann höre ich dieses LP sofort auf. Also, es macht keinen Spaß. Also, es ist sehr, sehr nervenaufreibend. Ich mache das hier nicht für mich, sondern ich mache das für euch, ja? Also, so by the way. Okay, Freunde, wir lassen's für diese Folge. Sonst drehe ich heute noch wirklich am Rad. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und wir sehen uns auf jeden Fall.